So, wir wollen endlich mal dahin kommen wo wir hin kommen sollen oder wollen oder ja Mit frischer Energie gibt es weiter Ja, das Pferdchen von hinten nehmen, pfui grauselig Und in dem Sinne ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed Ich glaube ich bin am schnellsten so Egal ob die mich sehen, die jabben ja eh nix Uh, bist du und ich entdeckt hast du dort Wie die schmeissen mit Stein, dann werde ich selber Uh, da sehen wir ja nicht mal mehr Däten So Synchronität bitteschön Läuft Und Ja, ich weiß Und shabom Shabom Nein, ich bin nicht so selber wie vorhin Nein, nein Überhaupt nicht Ein ganz anderer Futsi Naja Bis die mich gesehen haben Und gefasst haben Ich rutsche immer am Checkpoint Äh, am Checkpoint Ich rutsche immer am Stick Am Sticky Stick Hüpp Hüpp Ah, ja so geil Jutes Pferd, jutes Pferd Hüpp Ich glaube da vorne muss ich hin Ich bin ja hingelatscht jetzt Ganz schön weit Ganz schön weit Ganz schön weit Und halt Und halt Und Und Lü Geht's weiter Jo Schön Das war nicht eine geile Kulisse ist Eieiei Kann man sich daran gewöhnen Hallo Mels Hallo Der King ist in der Hill Äh, on der Hill Tss Aha Was ist denn das für eine Stadt Wurde schon erwähnt Hab ich's vergessen, oder wie? Ja 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 Ey Lass die Soldaten in Ruhe Nicht entkommen, Alter Ihr habt falsche Lehren verbreitet Blasphemie Hört auf, bitte Ihr tut mir weh Vorsicht jetzt Verdammte Rufleidige Äh, hab ich jetzt erst mal dem anderen einen zu Betrübe gegeben? Sein Leben ist verwirrt Du Sack, ich hab' doch geblockt Du Sack, ich hab' doch geblockt Das vergesse ich nicht Das vergesse ich nicht Aha Gut Okay, ich glaub von hier aus geh' ich zu Fuß Soll ich mich an die Gein mischen Ah 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 Namen, 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 ich muss aufs Klo ich bin bereit für einen weiteren Auftrag Ja, wir sind die 1, 2, 3, 4, 5 von der Tankstelle, genau. Muss ich halt durch, mit denen. Scheint so. Oh, ich bin drin. Ein für alle, alle für ein. Hallo Schätzelein. Und jetzt? Ja, so sieht das Spiel aber jetzt aus. Jetzt 20 Parts, laufe ich mit denen mit. Jetzt stehen immer noch nach, ich mache es jetzt einfach mal. Gehen fort. Okay, jetzt bin ich wieder draußen. Was hat das jetzt gebracht? Ein angenehmer Kunde. Ihr seid ein weiser Mann. Deshalb kauft ihr ja auch bei mir. Hä? Die besten Waren im ganzen Land. Oh, das ist mein Mann. Työ. So, jetzt aber. Ich hätte gerne einen Auftrag oder was. Irgendwas. Bescheid. Warten. Hallo, irgendwie muss ich da was tun. Gut, von hier aus kann ich sie schön runterwerfen. Lass es mir. Ich glaube, ich kenne da rein. Haben wir gesehen? Wie sind sie denn? Achso. Wollte ich schlafen gehen? Dann gehst du mal. Und du. Und du sowieso. Und du auch. Du seist müde aus. Das ist es auch. Ich sei doch müde. Ich habe doch keinen. Ah, wieso? Wie viele gibt es hier noch? Ich sehe ihn, da ist er. Aber die müssen da auch echt frisch rekrutieren. Ich schmeisse ihnen alle. Alle vom Dach. So. Aha. Ich will zum Adler gehen. Und ich gehe. Schaut da schön aus hier, oder? Ich finde es genial. So. Hier rauf. Rauf, 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 rauf. Er bekommt die Bedeutung, rauf, auf so eine ganz neue Bedeutung, ne? Irgendwie. Ähm, ja. Nein! Boah. Das schreckt mich nicht so. Warte, der fällt jetzt alles runter, du. Boah. Da wäre ein Pfannkuchen draus geworden. Ich muss ja dran rauf, ich tippe. So. Schöne Stadt, oder? Arabisch angehaucht. Also gut, es ist arabisch. Ich weiss auch nicht mehr, welche Stadt das ist. Aber, naja. Schön ist schön. Oha. Da drüben ist ein Auftrag. Dann gehen wir doch hin. Okay, wir gehen anderswo hin. Und dann tauchen, oder niemanden verletzen, jedenfalls. Entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Äh, ich glaube, ich muss auf die ganze Zeit des Daches. Äh, kletternst du bitte? Klettern doch. Mann. Kletter. Klettern. Ja. Hier rauf. Hier rauf. So. Schön schnell unterwegs. Gegrüßt, mein Freund. Wenn ich euch helfen kann. Egal wie. Fögert nicht. Ihr wollt einen guten Tag. Dann bin ich Feuermann. Kommt, seht zu einem Abend. Sie gehen aufgeliehen, bevor sie festern, richtig genau. Äh, okay. Ah. Ihr wollt es. Ich habe es. Weil ihr es leid, an den Ständen der anderen Kaufleute nichts zu finden. Dann kommt zu mir. Willst du dir euch für meine Ware? Hast du verstanden? Ja. Ich überbringe diesen Brief eurem Freund, dem Händler. Du weißt, an wen du dich wendest? An denselben Mann wie immer. Und wage es nicht, mein Ansehen in der Stadt zu beschmutzen. Wir haben viele Augen. Viele Ohren. Und viele Waffen, ja. Genug, um die Redseligen zum Schweigen zu bringen. Ich weiß das zu gut. Ihr habt mein Wort. Gut. Dann Beeilung. Die Zeit ist knapp. Willkommen. Ich habe alles, was ihr braucht. Ich habe genau das, was ihr braucht. Ich habe alles, was ihr braucht. Da ist der. Ah, hat ja gut funktioniert. Ich glaube, ich muss das anders machen. Kann das sein? Ey, hör auf! Okay, du bist das nicht alles, oder? Ja, schließt es doch gegenseitig auf. Komm mir aus. Na komm, geh schlafen. Du kannst nicht davonlaufen! Wo bist du? Du kannst nicht davonlaufen! Wo bist du? Du interessiert ihr euch zu meiner Haut? Du mal spielst! Dich hol ich mir! Ja komm nur, komm nur! Ich zeige euch mein ganzes Angebot! Geh weg da! Wir machen den Auftrag noch zu Ende, äh, führen. Ah, ihr wisst wohl ganz genauer. Ein angenehmer Kunde! Geh weg! Komm zu mir! Komm! Komm und zieh meine Auswahl nicht! Alles ist neu! Alles ist fantastisch! Ich habe eine große Auswahl! Eine sehr große Auswahl! Zu euren Dienst! Ihr wisst wohl gar auch genau was! Ein angenehmer Kunde! Jemand ungerecht! Dafür solltet ihr euch entschuldigen! So wird von dem, was wir kackten! Ob jemand verliebt wurde! Ob jemand verliebt wurde! So wird von dem, was wir kackten! Ob jemand verliebt wurde! So wird von dem, was wir kackten! Ob jemand verliebt wurde! Ich kack's doch nicht! Oh man! Kledet doch anständig! Entschuldigung! Entschuldigung Leute! Das Spiel kann gut sein! Aber nur wenn man es begreift! Und dafür müssen sie zahlen! Und nicht so ein Toter ist wie ich im Moment! Pfff! Auch wenn ich wirklich! Dank mir! Mit mir willst du gleich schlafen! Na komm! Komm Burschi! Wo bist du? Hier drüben! Komm hierher zurück! Ach da bist du! Kommst du? Da ist er! Haltet ihn! Geh schlafen! Du sollst schlafen! Ich sage! Geh schlafen! Dann gehst du auch! Okay ich auch! Es tat weh! Jetzt reicht's aber hier! So va! Ich darf beweg' mich gar nicht bei so einem Terrain! So jetzt aber! Er wird nicht entkommen! Er ist ganz nah! Ich weiß es! Ich habe besser was zu tun! Ich habe besser was zu tun! Ich habe besser was zu tun! Okay! Ich will jetzt ein Taschenjipsch da noch machen! Oh vielleicht ist es Karma, dass ich... Oh ey! Das ist ein böse Mann bestillt hier ja nur böse! Ich will jetzt nicht mit seinem Heer von uns Gläubigen! Und hinterlässt eine Spur des Schrecks! Nala al-Din reitet ihm entgegen! Um diese barbarischen Taten zu rächen! Betet das Gott! Gepriesen sei sein Name! Aber der ist leider nicht entstanden! Die anderen tauch' Leute nicht! Auch ganz er und den Sieg schräg! Und nur Leute habe ich alle Preise reduziert! Die werden hier! Wer kommt! Wer kommt! Wer kommt! Wer kommt! Wer kommt! Wer kommt! Da wird wieder... So richtig! ich war nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich habe einen richtigen Auftrag Kitzung nach oben du Pflaume ich bin über den Dächern am schnellsten schaffe ich den Sprung? ich weiß nicht er gibt keinen größeren Ruhm als diesen na toll also wenn er springen würde der Depp aber nein ich sehe einen neuen Aussichtspunkt den will ich erreichen er scheint ja wirklich in Eile zu sein ok so gehts auch man mach doch was in Wolles alter Ehe du Depp rauf ok so gehts auch so etwas habe ich nie zuvor gesehen dann gehts hier rauf 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 hier gehts nichts aber hier wie hoch bin ich eigentlich schon ziemlich oder? oh ja 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 ok dass du mich filmen du boah so rauf 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 da so habe ich gerne synchronität läuft ok gut